Yo Leute, was geht ab? Ich bin's mal wieder. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man von YouTube Videos runterladen kann, ohne zusätzliche Programme zu installieren, ohne zusätzliche Kosten und ohne Werbung. Ganz einfach in bestmöglicher Qualität, Video als auch Sound. So, dazu geht ihr jetzt einfach auf das Video eurer Wahl. Ich nehme jetzt hier das von meinem Kanal. So, dann geht ihr hier oben in die Adressleiste, kopiert alles inklusive dem Punkt hier weg. So, ersetzt es durch ein SS und drückt auf Enter. So, jetzt kommt ihr zu der Seite Save from Net. Es dauert jetzt einen kleinen Moment und da ist es auch schon. Jetzt öffnen wir hier den Reiter mehr und da könnt ihr hier auch noch auswählen, was für eine Qualität ihr haben wollt. Hier gibt es MP4 480 Pixel ohne Ton. Wollen wir jetzt nicht. Wir nehmen uns das hier, 720 Pixel. Das ist das Bestmögliche hier. Hier klicken auf Download. Okay. So, und jetzt habt ihr hier euer fertig geladenes Video. Es ist wirklich die beste und schnellste Möglichkeit, Videos ohne Kosten runterzuladen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen bzw. geholfen. Wenn dem so ist, lasst mir ein Like da, gebt mir ein Abo. Dann sehen wir uns auch schon bald im nächsten Teil. Bis dahin, Leute. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.